Einen Zaun muss ich dann noch drum machen und ich bin grad... Wie läuft man eigentlich auf Hoppern? Wahrscheinlich gar nicht, ne? So warte mal, hier waren wir dann ganz fertig, ne? Ja, genau. Hier hin, so und jetzt, jetzt geht's los. So, ich glaub wir kriegen nur eine Seite fertig. Das ist ja... Boah. Ja, sauber. Tö, ist ja geil. Naja gut, es ist halt, war sehr eisenlastig. Ich mein, ich hätte darunter natürlich auch noch so mal ein Minecart setzen können, aber... Ich möchte halt auch mal was anderes machen. Verstehst du? Glaub schon. So, machen wir es einfach mal so. 8, 16, ja 22, 22, achso halt hier. So, ich bringe immer wieder das Eisen zurück, ich weiß auch nicht warum. Naja, so, nee, das ist jetzt nicht. Das da, das da, das da, zack. So, mal gucken, ob die 22 jetzt ausreichen. Und dann müssen wir sowieso noch die Bäume nachpflanzen, sonst wird das nämlich nüscht. Nüscht wird es, nüscht. Alter, die Baumkrone steht ja immer noch, da muss irgendwo noch ein Lock drin sein. So, es wird knapp, es wird echt knapp. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, es reicht hinten und vorne nicht. Zwei fehlen mir, super. Zwei Stück. Zwei verdammte Hopper. Habe ich noch? Ne, habe ich nicht. Ach, doof. Warte mal, ne, ich brauche nicht so viel. Ich brauche nur 6. Und davon noch 6. Ich meine, besonders effektiv sind die Farmen natürlich nicht, aber ich sage mal so. Besser als sonst irgendwas. Vor allem hier haben wir dann auch die Gewissheit, dass hier nichts spawnt. Äh, das hier, ah, die spawnt meinte ich eigentlich. So, du dahin, du dahin. Okay, außer das, was es hier landet. Alles klar. So, ah, da hinten haben wir noch. So. Jetzt muss ich hier nochmal reingucken. Ist da noch irgendwas? Ja, komm mal da. Gefunden. Gefunden. So. Habe ich dich? Ja. So, toll. Jetzt könnte ich mal eine Kiste craften. Ach. Ich muss mir doch noch einen Baum kaputt bauen. Ähm. Nehmen wir den hier. So. Gut. Äh. Bam, 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 bam. Zack. Daraus machen wir ein paar Kisten. Hä, schon wieder 4 übrig. Nein, das wollte ich so nicht. So. So. Was habe ich gesagt? 2 Hopper brauchen wir noch, ne? So. 2 Stück. Ähm. Ja, da sind sie. Gut. Super. Jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was geht eigentlich? Man kann hier ganz gut laufen. Ich weiß bloß nicht, ob dann hier was drauf spawnt oder nicht. Das wäre jetzt mal auch. Entschuldigung. Oh. Hm. Oh, es tut mir wirklich leid. Aber es ist ein richtig bösen. Oh. Richtig bösen Frosch im Hals gehabt. Puh. Warte mal. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Habe ich noch irgendwas? Nee, gut. Lauf. Hallo. Was soll denn das? So. Irgendein Thema lag mir noch auf der Zunge. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr welches. Hm. Nee, da. So, die da rein. Die können wir auch da reinpacken. So, da unten die. Das Eisen können wir wieder wegpacken. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Ist halt ob wir es abgenommen. Na ja, na ja. Okay. Die da rein. So, wo haben wir denn die Setzlinge? Da haben wir Fichte. Da haben wir Schwarz-Eichensetzlinge. Ich nehme mal Fichte. Ja, komm, ich nehme mal von denen auch noch vier. Dschungel. Haben wir noch Dschungel? Drogenbaum, ja genau. Äh, nee, 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 nö, nö, nö. Nö. So, genau. Ah, ja. So. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück habe ich jetzt mittlerweile auch das neue Projekt angefangen. Und ja, es wird auf jeden Fall ein Technik-Let's Play werden, was ich erstmal alleine spielen werde. Ähm, glaube ich zumindest. Also ich habe jetzt bisher noch keinen gefragt und das ist jetzt auch so das erste, was jetzt wahrscheinlich die anderen hören werden. Was, da würden wir denn ein Technik-Let's Play machen. Ja. Dafür, äh, pausiere ich ja aber auch dann das Vanilla. So. Ich bin ja auch so ein Hohlbrot. Ne, ich hätte mir ja auch gleich Knochenmehl mitnehmen können. Äh. Naja, wir müssen ja gar nicht so weit laufen. Wir können ja uns da von der XP-Farm doch ein paar Knochen holen. Auf jeden Fall, es wird ein Technik-Mod. Äh, Technik-Let's Play. Und ich habe mir da auf jeden Fall ein Ziel gesetzt, dass ich, äh, sämtliches Zeug, was es zu automatisieren gibt, oder was ich automatisiert brauche, oder was ich generell brauche, automatisieren werde. Will. Möchte. Na? Das Ziel habe ich mir gesetzt. So. Zack. Und. Zack. Dieses ehrgeizige Ziel habe ich mir gesetzt. Ich bin mal gespannt, ob ich es, ähm, durchziehen werde. Das ist ja so meine größte Sorge, dass ich es nicht durchziehen kann. So, komm. Wachse. Ui. Hm. Ist ein bisschen schmal, ne? Ja gut, hier geht's. So. Dann werden wir hier mal den kleinen Baum da kaputt machen. Und hoffen, dass wir noch ein paar Setzlinge rausbekommen. Weil die Tropenbäume, die sind da wirklich in dieser Hinsicht, ähm, ja, sehr, äh, ähm, geizig. Sehr, sehr, sehr schottisch. Was das betrifft. So. Du weg. Du weg. Genau. So, wie habe ich... Achso, ja. So. Geht's hier weiter. Ich meine, wir haben zwar in der Nähe, äh, äh, ja, was heißt denn in der Nähe? In der Nähe jetzt nicht unbedingt, aber, ähm, wir wissen, wo ein Biom ist. Wo wir noch mehr Setzlinge bekommen könnten. Aber da jedes Mal hinstratzen. Muss man ja auch nicht, ne? So. Ja. Du füllst da von mir aus runter. So, du weg. Da ist noch einer. Bloß nicht verstecken hier, Junge. Ne? Sonst gibt's... Erschau. So. Alter, wie groß... Achso, ich wollte gerade sagen, wie groß ist denn das Ding noch? Nein. Oh je. Das war ein bisschen... Naja. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Ich möchte hier nicht nochmal hochkraxeln müssen. Glaub nicht, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Dann stellen wir uns hier in die Mitte. Ja. Das klappt so. So, 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 so. Oh mein Gott, du kriegst so einen richtigen Drehwurm, ne?